Die Kartenoffensive für World of Tanks geht weiter. Wargaming packt zwei weitere Karten in den Supertest. Letzte Woche schon drei neue Karten im Supertest, diese Woche wieder zwei neue Karten, die sich allerdings recht ähnlich auf dem ersten Blick aussehen. Lost Paradise und Pacific Coast, die wir uns heute hier im Video etwas detaillierter anschauen wollen. Starten wir mit Lost Paradise. Hier sehen wir die Minimap. Wir sehen auch, dass die Startpunkte nicht ganz exakt deckungsgleich mit den Cap-Punkten ist. Die Karte hat eine Größe von 1100 x 1100 Metern, also relativ groß. Das Problem ist aber, dass nicht die gesamte Karte bespielbar ist, weil einfach sehr viel Wasserfläche ist, vor allem hier oben im Nordwesten. Es ist eine Sommerkarte, was für eine Überraschung und sie ist für Standardgefechte vorgesehen. Schauen wir uns die Übersicht an, auf der uns Wargaming die unterschiedlichen Gebiete hier, wo was abgeht, markiert hat. Das Gebiet Nummer 1, hier an diesem kleinen Flussbett entlang der Landebahn. The Area for Mobile Vehicles and Initial Spotting, Low Cover, Bushes and Small Elevation Changes. Also wenig Änderungen in der Höhe, also kleine Bodenwellen nur, ein paar Deckungsmöglichkeiten, aber nicht viel und halt ein bisschen Buschwerk. Ich frage mich, ob das wirklich zum ersten Spotting so gut geeignet ist, weil das Wasser ja und der Bodengrund höchstwahrscheinlich nicht der beste sein werden. Also gerade im Wasser wird die Mobilität natürlich stark eingeschränkt. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass gerade Radpanzer eher über die Landebahn fahren, weil man da halt festen Untergrund hat. Ansonsten Punkt 2 und Punkt 3. Das ist einmal hier und einmal hier. The upper part of the passage for well armored vehicle is more dangerous than passage 3. There are many lines of fire both and from this area it's open for SPG fire. Also diese lilane Gebiet ist offen für Arty. Es ist das gefährlichere Gebiet, ist das Gebiet für Heavy Tanks. Und dann gibt es auch noch das grüne Gebiet weiter Richtung Osten. Main Area for the Heavy Tank Encounter. A narrow pass with a detour along the shore. Also hier nochmal eine kleine Umgehungsmöglichkeit hier unten ran. Dann das gelbe bzw. leicht orange Gebiet hier unten, was so ein bisschen an das Gebiet in Perlwira erinnert oder Perlenfluss. Da gibt es ja auch so ein paar Senken mit Wasser und so zwischendrin so ein paar Hügel oder ich sag mal Sandbänke. Also Gebiet Nummer 4. Beach, it consists of small islands or small sand islands and rocks. It's a dangerous route for distracting the heavy tanks from the main encounter. Also ja man, es ist gefährlich. Natürlich hat man, um vorweg zu greifen, hier auch schon mal die 5. Also diese beiden roten Punkte hier, wo die TDs stehen können. Das heißt, wenn man hier gespottet wird, muss man von dieser Position aufpassen. Man kann natürlich von den Heavy Tanks auch Feuer kriegen. Im Gegenzug kann man aber auch die Heavy Tanks ganz gut hier von der Seite fahren. Also gefährliche Positionen können halt auch immer lohnenswert sein. Und das ist halt hier in diesem gelben Gebiet der Fall. Gebiet Nummer 5 haben wir ja hier schon gesehen und auch hier oben und auch nochmal entlang der Landebahn. Main Positions for Tank Destroyers. Also hier sehe ich halt vor allen Dingen sowas wie schwedische Jagdpanzer. Es gibt aber auch durchaus Jagdpanzer, die da auf diese Position nicht hingehören. Das ist halt so ein bisschen verallgemeinert. Also was Wargaming hier sicherlich meint, sind halt Sniperpanzer. Also ich könnte mir vorstellen, dass auch ein Leopard 1 mit einer sehr präzisen Kanone durchaus hier hinten mal stehen kann. Ich sage extra stehen kann, aber nicht muss. Gebiet Nummer 6, das Dunkelblaue. Und das ist jetzt relativ witzig, was da als Beschreibung steht. Alternative Routes. Alternative Routen. Ich meine, hallo, das ist Redline, was ihr hier markiert habt. Ich weiß nicht, was das für alternative Routen sein sollen. Aber okay, Wargaming. Ja, es sind die alternative Routen. Nehmen wir das mal so hin. Hier sehen wir mal so die Fahrtwege, die sich Wargaming so vorstellt. Mit so ein paar Schusskanälen, die man hier hat. Also einerseits natürlich auf die TD-Position, in das Flussbett. Hier diese ersten Positionen, wo man spotten könnte. Die Schusskanäle für die TDs, die Schusskanäle für die Heavys, die wir sehen. Und hier unten das Medium-Gebiet mit den einzelnen Schusskanälen für die TDs. Aber auch ganz außen halt dann die Schusskanäle auf die Heavy Lane, beziehungsweise auf die TD-Positionen. Anschließend habe ich nochmal das ganze Bild ohne die ganze Markierung nochmal zur Übersicht. Und jetzt nochmal ein paar Detailbilder. Insgesamt gefällt mir die Map rein optisch sehr, sehr gut. Witzig finde ich auch hier diese Flugzeuge, die sich in diesen Kabeln verheddert haben. Es gibt ein paar offene Stellen, es gibt aber auch geschlossenes Gelände, wo man vor der RT sicher stehen kann. Also vor allen Dingen hier die Heavy Lane, die wir hier sehen. Es ist also für alle Klassen erstmal vorgesehen. Was mir so ein bisschen Sorgen macht, ist schon wieder diese Trennung der Karte. Also das heißt, wenn man hier in dieses östliche Gebiet fährt, kann man null Einfluss drauf nehmen, was hier auf der Landebahn passiert und andersrum halt genauso. Natürlich sind die Wege weit, aber grundsätzlich ist es so ein bisschen wie bei Lakeville, bei Tundra, aber auch bei vielen ganz anderen Karten, dass halt in der Mitte so eine Trennung ist, was halt wirklich den Einfluss auf den anderen Teil der Karte immer etwas schwerer macht. Hier das Wassergebiet mit den Sandbänken, hier die Heavy Lane nochmal. Hier sehen wir jetzt das offene Gelände mit der Landebahn, wo es auch ein paar Bunker oder halt, ja, Gebäude einfach gibt, um mal ein bisschen Deckung zu haben. Auch ein paar Steine, es gibt ein paar Büsche, wo man sich durchaus vielleicht auch als guter Leid verstecken kann. Hier das Fluss, der Flussbereich. Wie gesagt, ich finde zum First Spot machen den Flussbereich nicht wirklich attraktiv, weil das Wasser einen höchstwahrscheinlich sehr ausbremst. Hier das Ganze nochmal aus einer anderen Perspektive. Das ist diese einzelne Insel, die wir hier oben haben. Die thematisiert Wargaming hier in dieser ersten Vorstellung noch gar nicht. Also ich bin gespannt, wie die sich spielen wird. Das hat so ein bisschen was wie der Hügel auf Minen, nur ein bisschen abseits natürlich. Aber ich vermute mal, dass gerade sehr, sehr schnelle Fahrzeuge, wenn sie einmal hier oben drin sind, hier gerade diese TD-Position ganz gut abdecken können, aufspotten können und sehr, sehr, sehr nervig hier raus arbeiten können, sage ich extra. Hier nochmal das Wassergebiet an der Heavy Lane. Nochmal die Wasserflächen insgesamt. Ich glaube, dass die Wasserflächen tiefer sind als bei Perlenfluss. Also man wird da nicht so einfach reinfahren können, sondern man muss wohl vermutlich schon hier diese äußeren Wege nehmen, anstatt mittendrin durchzufahren, was auf Perlenfluss geht. Und am Ende nochmal die Heavy Lane. Ich weiß nicht, wie oft dieses Heavy Lane-Bild hier in der Auswahl. von Wargaming drin ist. Insgesamt optisch eine sehr schöne Karte. Wie immer auch der Hinweis, wie sie am Ende zu spielen sein wird, ist völlig offen. Es ist auch Supertest. Natürlich kann sich hier und wird sich höchstwahrscheinlich nochmal was ändern. Und die Erfahrung der letzten Kartenvorstellungen für den Supertest haben ja auch schon gezeigt, dass sich Wargaming sehr, sehr viel Zeit lässt. Aber insgesamt scheinen sie wohl jetzt erstmal in eine gewisse Offensive, was die Karten angeht, hier zu gehen. Wir haben das ja letzte Woche schon gesehen. Diese Woche geht es weiter. Und da kann man gespannt sein, was uns halt neben Crew 2.0 zum Beispiel an wirklich neuen Karten dann dieses Jahr ins Haus steht. Weiter geht es mit Pacific Coast. Wir haben es ja am Anfang gesehen. Die Minimaps ähneln sich grundlegend, aber die Karten sind dann doch relativ verschieden. Und die Karte hier gefällt mir tatsächlich nicht ganz so gut wie Paradise oder Lost Paradise. Nicht Paradise Lost, sondern Lost Paradise. Obwohl, wie gesagt, auf den ersten Blick die relativ ähnlich sind. Meine Vermutung ist auch, dass Wargaming hier eine Idee für eine Karte hatte. Daraus sind dann diese zwei unterschiedlichen Ideen erwachsen. Und sie haben sich einfach entschieden, einfach beide Versionen weiterzuentwickeln. Das ist meine Theorie. Ob das am Ende so stimmt, kann ich euch nicht sagen. Wir gucken mal in die Übersicht der einzelnen Zonen. Und das ist relativ einfach hier gestrickt, als bei der ersten Karte, die wir uns angeschaut haben. Und es gefällt mir, wie schon gesagt, nicht ganz so gut. Gebiet Nummer 1, das rote Gebiet hier unten, das ist die Heavy Lane. Main Area for Heavily Armored Vehicles. Da gibt es keine großen Überraschungen. Ja, das ist halt die Heavy Lane. Gebiet Nummer 2, der blaue Bereich hier oben, komplett ausgelagert auf der anderen Seite der Karte. The Area for Mobile Vehicles, Low Cover, Bushes, Small Elevation Changes. Also Medium, Lights, Hybriden, irgendwie. Die werden einfach vom Wargaming in dieses Gebiet reingeworfen. Und dann gibt es noch die Gebiete Nummer 3, also diese gelb markierten Gebiete. Alternative Routes to the Basis from the Main Lines of Attack. Aha, also die alternativen Routen, also der Rest der Karte. Was hier in der Übersicht erstmal überhaupt nicht klar wird, wo man sich zum Beispiel als Jagdpanzer hinstellt. Das war auf der anderen Karte deutlich klarer, wo da die Jagdpanzer ihre Position haben. Und was ich halt auch total kacke finde, ist diese komplette Trennung, so Heavys nach rechts, Mediums und Lights nach links. What? Wieso? Also eigentlich sollen ja diese Panzerklassen miteinander zusammenarbeiten und diese Trennung sie einfach, also wirklich so, das finde ich nicht gut. Wir sehen hier in diesem Bild dann diese Übersicht, da wird es nochmal deutlich, wo die TDs sich hinstellen können. Also hier diese Gebiete, beziehungsweise für das andere Team hier oben, aber auch dort auf jeden Fall keine Schusskanäle auf die Heavy Lane. Die Heavys kloppen sich da unten komplett alleine, sondern die TDs sollen wohl hier, so wie es aussieht, die Freifläche bei diesem kleinen Flugplatz unterstützen. Beziehungsweise können sie sich wohl auch hier, beziehungsweise hier, beziehungsweise hier oben hinstellen. Das sind auch nochmal so Positionen, wo man auf lange Distanz mit präzisen Kanonen arbeiten kann. Aus der Basis heraus gibt es da gar keine so richtigen Positionen. Also ich bin gespannt, ich könnte mir vorstellen, dass diese Karte hier durchaus noch mehr Anpassungen bekommt als vielleicht Lost Paradise oder Paradise Lost. Ich kann mir aber nicht merken, wie rum der Name richtig gesprochen wird. Gefällt mir insgesamt nicht so gut. Und was mir auch noch nicht so gut an der Karte gefällt, das ist auch der Trend bei der ersten gewesen, da war es aber nicht ganz so schlimm. Die Karte ist relativ groß, also 1200x1200 Meter, ja, aber sie hat sehr viel totes Gebiet, was einfach nicht bespielt werden kann. Das sieht man an der Minimap relativ gut. Also erstmal sehr viel Wasserfläche, wo man natürlich überhaupt nicht kämpfen kann. Und dann aber auch sehr viel offene Flächen, wo man auch nicht hinfährt. Die bespielt man einfach nicht. Also hier dieses Gebiet der Felder, hier unten das Wassergebiet, aber auch die offene Fläche auf diesem Flugplatzgelände, auch das ist im Grunde totes Gebiet. Und natürlich, natürlich hier in der Mitte dieses riesige Berggebiet, wo man gar nicht reinfahren kann. Also von der Grundfläche eine große Karte, aber rein von der Fläche, die bespielt werden kann, zwängt Wargaming hier die Fahrzeuge auf sehr, sehr wenig Fläche. Und das sieht man hier in diesen Übersichtsbildern nochmal relativ gut. Es ist auch für mich nicht ganz klar, ob das Wassergebiet hier zum Beispiel befahrbar ist oder ob man nur über diese Sandbänke hier rankommt und der Rest einfach zu tief ist, dass man da untergeht. Das kann ich im Moment so nicht beurteilen. Dann müssen wir uns mal abwarten, wenn die Karte dann auf einem Testserver oder so bespielbar ist. Also hier nochmal auch das Gebiet, wo der Flugplatz ist. Natürlich gibt es hier Deckung. Die Perspektiven täuschen da natürlich auch gerne darüber hinweg. Es ist nicht komplett alles flach. Man wird hier sicherlich auch RT-Safe zum Beispiel stehen können, aber grundsätzlich wirklich viel, viel totes, tote Fläche. Hier dann das Gebiet mit diesen riesigen Feldern. Auch da wird man vielleicht mal als Light eine Runde fahren, aber da wird man als Medium jetzt nicht im Early- oder Mid-Game hinfahren, sondern da ist man eher vielleicht mal im Late-Game unterwegs. Aber ansonsten ist das Fläche, die man auf jeden Fall nicht bespielen sollte. Hier das Wassergebiet nochmal aus der anderen Perspektive. Und hier das Flugplatzgelände mit dieser kleinen Sandbahn. Hier der Bereich, das müsste dann eine Anfahrt sein vom nördlichen Team, würde ich mal vermuten, so wie das aussieht. Wo man auch halt ein paar Bücher hat, wo die TDs stehen können. Ja, das ist hier dieses Felder, dieses Gebiet mit den Feldern, diese große Fläche. Hier die Heavy Lane, die im ersten Eindruck sehr, sehr offen wirkt. Ich könnte mir vorstellen, dass hier noch ein paar Steine dazu kommen. Gerade die Anfahrt hier runter, die ist sehr gewagt, weil hier der Bereich sehr groß und offen ist. Und man höchstwahrscheinlich dann von TDs, sag ich schon, von Heavies oder Mediums, die hier an der Ecke stehen, relativ schnell Querschüsse bekommt, ehe man überhaupt hier unten ankommt. Also da bin ich gespannt, was sich hier noch ändern wird. Das gefällt mir aktuell auch noch nicht so wirklich gut. Hier nochmal komplett die andere Seite der Karte mit dem Flugplatzgelände. Und auch hier diese Pike-Boost-Stellen, wo man arbeiten kann. Hier nochmal die Heavy Lane aus einer anderen Perspektive. Und nochmal das Gebiet vom Startpunkt des, ich glaube, es müsste das nördliche Team sein. Insgesamt also zwei Karten, die sich auf den ersten Blick ähneln. Insgesamt dann aber doch sehr, sehr unterschiedlich sind. Lost Paradise gefällt mir da ein bisschen besser als Pacific Coast. Lost insgesamt, Supertest, kann sich alles noch ändern. Wann die Karten kommen, ist völlig unklar. Wir sehen es ja auch bei anderen Kartenanpassungen, die ewig auf dem Supertest rumdümpeln. Also Wargaming ist aktuell gerade motiviert, zumindestens die Perspektive in die Zukunft, so ein bisschen anzufüttern, die Leute, dass da man, ja es kommen neue Karten. Aber man muss im Moment halt wirklich fragen, wann die kommen. Weil wie gesagt, Änderungen, die jetzt auch schon auf dem Supertest lange sind und Ewigkeiten nicht auf den Live-Server kommen, zeigen, dass Wargaming dann nicht gerade eine sehr hohe Geschwindigkeit bei der Entwicklung neuer Maps an den Tag legt. Grundsätzlich neue Maps aber immer willkommen, neuer Content ist immer gut. Von daher erstmal einen Daumen nach oben mit dem kleinen Fragezeichen. Natürlich, wie sich das Ganze am Ende spielen wird. Was sagt ihr zu den beiden neuen Karten? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ihm auch gerne einen Daumen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Unterstützer, namentlich genannt sind das Thomas Eirendal und Ködö. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer Oher. Bis zum nächsten Mal.